So, liebe Leute, hallo und ein herzliches Willkommen zurück zu diesem kleinen, super süßen Schnuckenspielen. Wir spielen wieder Girl-X-Battle. Deutsch! Deutsch! Germani! Okay. Ähm, kann man hier was... Darf ich jetzt mal frei handeln? Kann ich nicht, immer noch nicht. Okay. War ja sehr witzig und ähm, sehr skurril tatsächlich. Das ist das Mädchen-Fragment. Klicke schnell die Taste an. Sammeln. Franklin-Fragment. Du kannst ein neues Mädchen bespüren. Klicke auf... Okay, bin ich mal gespannt. Neue Mädchen sind immer klasse. Oh, toll, Franklin. Na komm, Franklin. Ja. Oh, Franklin. Du bist aber auch ein Früchtchen, ne? Hm, ja. Okay. Franklin, das... Franklin ist auch mal... Franklin, das leckere, geile Früchtchen. Okay. Das... Das unbesiegbare Donnermädchen betritt die Zähne. Der neue Kollege ist nicht stark genug. Aufleveln. Trinken. Und zurück. Okay. So weit sie gut. Okay. Was muss ich jetzt drücken? Jetzt bin ich ein Teil auf die Kaleine gestellt. Komm doch mal auf, Leveln. Wo ist Franklin? Komm, Franklin. Komm, machen wir weiter. Franklin, Franklin. Wenn... Okay. Achso, meine Cam ist im Weg. Aktivität. Das Herz springt hoch. Okay. Oh. Können wir hier ein Date machen? Okay. Hier mache ich mich mehr, ne? Sei doch geduldig, um das Milch nach Hause zu bringen. Ah, schenke mir mal eine Hose. Bäh, bäh, bäh. Hui. Oh, ja. So. Was soll das hier? Anfangswachstum, stetig, Pakete. Okay, check. Gucken wir mal. Okay. Okay. Gut. Kampagne. Weiter geht's. Ja, okay. 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 Ich hätte das nicht anders formuliert, tatsächlich. So. Geld. Geld. Ihr Anfänger. Alle, die in der Schule wollen, stellen sich in eine Reihe auf und bezahlen Eintrittsgeld. Ja, klar. In der Schule. Nur mehr Geld bezahlen. Bist du doof? Vicky. Das ist eine Sina. Schon wieder? Ich hab dich erst gestern bezahlt. Du hast auch gestern gegessen. Bedeutet das, dass du heute nichts essen musst und du gib mir dein Geld oder du musst hier bleiben. Ich habe gestern nicht gegessen. Das bedeutet doch, dass ich gehen kann, oder? Wenn du nicht heute bezahlst, sorge ich dafür, dass du nie wieder essen kannst. Naja. Wow. Du bist entweder verrückt oder mutig genug, um ihn zu verärgern. Aber darüber muss ich mir keinen Kopf zerbrechen. Bis später. Biu, biu. Voll kalt gemacht. Aber mit dem Panda reiten, Alter. Das ist der absolute Burner hier, ey. Los. Ach, ich renne auch immer so in der Schule rum, ne? Mit dem Karateanzug und dem Helm-Dings da umkommt. Komm, mach sie doch kalt. Yes. Okay. Ja. Magierinnen. Ach so. Ja. Okay. Okay. Ja. Biu. 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 Biu, biu, biu. Biu, 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 biu. Oh. Ach, der Bier hat das gemacht. Ich will aber... Ja. Hey, wir haben schon viele Ausrüstung bekommen. Lass mich mal sehen, okay? Sieg. Guck dir das mal an, Alter. Das Bild, ey. Himmel-Arschensphären. Götzlein, nicht XXXXXXXXXXX. Triple X. Okay. Befördert! Wow, erfolgreich befördert und neue Fertigkeiten bekommen. Ausgezeichnet. So, und jetzt geht's los. Hier klicken. Kampagne machen, ja? Okay, jetzt sind wir voll in den Manhattan, in Japan. Ach so, mal sehen. Ist das ein Odenladen? Das sind natürlich alles Mädchen. Denk ich mir mal, dass die Mädchen sein sollen. Bloß ihr fehlt ja was, um Mädchen zu sein. Du hast fünf Spieße Oden gegessen. Und es gibt nur sechs davon. Könntest du bitte freundlicherweise eine für mich reservieren? Oden ist so lecker, Sati. Obwohl wir freundet sind, nimm Oden in meinen Herzen einen wichtigen Platz ein als du. Was? Unerträglich? Ich bitte meine Freunde, welche zu besorgen. Komm, probier es. Nur wenn du meine Mitkämpfer schlagen kannst, ja. Hoppla. Die ziehen in den Kampf. Was sollen wir tun? Ähm, hm. Was hältst du davon, wenn wir uns ihnen anschließen? Ja, nö, das Katzenmädchen hier. Ein Helfer. Okay. Cool. Und jetzt? Ja, mit dem Elefant dabei, Alter. Läuft. Ja, die ist sauer. Die hat Hunger halt, ne? Mach sie kalt. Immer auf den Kupf, Bro. Bumm. Hier nochmal einen rauf. Und hier. Bang, bang. Und hier. Stock-Aura machen. Voll, wie super schnell ein Elefant ist, ne? Okay. Die wird jetzt immer so richtig kalt gemacht. Wow, so stark. Bist du nur von der dritten Klasse? Sind von Klasse drei, was? Hä? Bist du von der dritten Klasse? Sind sie von Klasse drei? Hä? Was für eine Frage, Alter. Was für eine Frage? Ich verstehe die Frage nicht. Du hast nicht nur Logi für mich besiegt, sondern mir schon wieder geholfen. Ja, was? Klasse drei? Sehe ich so alt aus? Ich bin ganz offensichtlich ein Anfänger. Und eben erst hierher gekommen. Also, du bist einfach so stark? Mein Name ist Ricky und wie heißt du? Gib deinen Namen ein. Okay. Ich bin Matashida. Genau, richtig. Ich bin Tom G. Das ist ja ein merkwürdiges Spiel. Das finde ich ganz ganz schlecht. Tom G. Ja. Das finde ich gut. Der Name darf nicht länger sein. Warum? Oh, komm schon, ey. Na, der nochmal. Was rastet hier gerade mein Held aus? Okay. Das sollte vielleicht klappen. Ja, Tom G. Mein Name, wer geht dir gut? Mein Name lautet Tom G. Horstig. Den, den, dann nenne ich dich Tom G. Horstig. Abgemacht. Ja. Tom G. Horstig ist eben in der Schule gekommen. Du hast die Aufnahmeprüfung noch nicht bestanden, oder? Ich helfe dir bei der Registrierung und deine Fertigkeiten. Das wäre dir kinder leicht, ja. Ja, weil ich dir auch andauernd helfen muss. Klar, wird das kinder leicht, ne? Was kann ich hier machen? Video auf Spiele. Mädchen. Hier, Poseidon. Poseidon heißt sie eigentlich, aber ich nenne sie Poseidon. Es ist einfacher zu merken. Ja, toll. Hallo, Boss. Warum bist du auf einmal her? Ja, ich, äh, 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 weil es da stand Besuch und ich dachte, ich komme immer hier vorbei. Kopfberühren. Sanft berühren. Muss ich dich wirklich berühren? Was? Oh, ja. Sie freut sich. Oh, Baby, du bist so schön. Oh, das war ja nicht mehr der Kopf. Oh, 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 ja. Oh. Wow, das war so schön. Boss, du bist so liebevoll. Komm, wir berühren doch mal deinen Kopf, ja? Ja, das macht dir vielleicht ein bisschen mehr Spaß. Uh, kuscheln, Muschi, ja. Oh, ja, ja. Das ist schön. Soll ich dir die Böste holen? Mmh, toll. Das ist wirklich sehr schön, ja. Okay, genug gekuschelt, Alter. Hallo, Boss, war mir hier. Ich schenke dir was. Ein Lolli. Alter, was? Ich schenke dir Unterwäsche, Mann. Oh, fuck. Ich hätte so gerne Unterwäsche, die hättest du mal für mich? Naja, egal. So, ich habe einen Auftrag für dich. Nein, habe ich nicht. Fand der Liebesse. Hallo, Boss, war mir hier das erste Treffen. Ja, na los. Ach, bin ich die erste Person, die du in der Akademie getroffen hast? Das Schicksal hat mich wohl zu dir geführt. Gut, du bist von nun an mein Boss. Ja, ich werde dich beschützen. Hallo, Boss, warum bist du auf einmal hier? Ja, gut. Wir gehen mal wieder raus. Hier können wir auch die anderen Mädels besuchen. Das ist ja geil, oder was? Hier, Hepatitis, Alter. Warte mal, ich weiß, was du mal hast. Die kann man nicht so einfach besuchen, Hepatitis. Wer will die schon besuchen, ne? Die hat ein Horn auf dem Kopf. Ausrüsten, ne, da soll ich wieder weggehen, sagst du. Hat keinen Zweck, ja, Hepatitis ist, ähm, Franklin. Aufwerten, ausrüsten. Hä, wie war das, wie habe ich das denn gemacht mit Besuchen gerade? Warte mal. Aha, warte mal. Hä? Wie habe ich das denn gerade mit Fertigkeiten? Genau. Wie habe ich das denn gerade gemacht? Bestimmt hatte ich da von irgendwelchen Punkten genau, siehst du mal. Ach, warum? Ach so, warte mal. Mal, komm. Artemis. So, warte mal, wo ist das andere Mädel hier? Warte. Die hier, ne? Die haben wir neun, ne? Franklin. Okay. Ach so, haben wir schon. Bilder haben wir schon von ihr gesehen, genau. Aufwerten, ausrüsten. Und dann? Magie. Keine Förderung. Okay. Ich finde fast, du hast recht damit. Wie viele Minuten habe ich gerade nicht gedattelt. Oh, ich könnte aber noch ein bisschen, ne? Ein bisschen kann ich noch. So. Wie ich das mit Besuch gemacht habe, ich weiß es nicht. Schade eigentlich, ne? Haustier, Mädchen. Mädchen? Mädchen. Mädchen. Ach, das ist die Katzenlady, ne? Genau. Okay. Ähm. Ja. Okay. 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 Aha. Arbeiten. Ah, ich bin nicht schockt. Okay. Ah, hier steht es. Mission. Okay. Okay. Heute. Und das ist die Hauptlinie. Schaffe Kampagne, härtes einmal. Weitere Herausforderungen. Beschwöre Franklin. Haben wir ja gesagt. Ach so. Was sind die Belohnungen? Genau. Weitere Herausforderungen. Dann mal los. Okay. Next. Oh, was hat die denn da für eine Pumpe, Alter? Los geht's. Auf in die Schlacht, Freunde. Tomji, Hosting. Schlechte Neuigkeiten, deine Gegner bei der Aufnahmeprüfung ist der stärkste Schüler der zweiten Klasse, Yuki. Fuck, Alter, ich bin am Arsch. Yuki klingt irgendwie bekannt. Ja, wie Joghurt, ne? Sie ist die jüngste Schwester von Nathan. Tomji, Hosting, was sollen wir jetzt tun? Jüngere Schwester, Yuki, was für ein seltsamer Name. Sie ist auf jeden Fall super stark. Also, um eine versehentliche Verletzung zu vermeiden, ich muss gehen. Tschüss, ne? Das, das, äh, das, äh, hä? Das ist schnell von dir, Jackie. Wow. Dieses niedliche Midi-Dot ist meine Gegnerin? Genau, oder brech das mal alles. So. Ich wollte erst mal mit einer Kantin-Chefin hier, die beinahe gesagt haben, starten. Na, hier, so, jetzt geht's weiter. Aha, das ist unser Ziel, Fokus. Okay. Jyn X. Ich kann sowas mit Juki. Was, das war sie schon? Sieg! Oh, guck mal, wir kriegen neue Unterwäsche. Geil. Schlübber und Strümpfe. Geil. Und jetzt? Und jetzt? Ja, und jetzt kann ich... Ach so. Ach so. Kleine Schwester, was für eine Städtenvereinigung hat? Ah, erstsemestrige kennen mich, den Vizepräsidenten, gar nicht mehr. Echt traurig. Herrgermann marscht. Blackjack. Er hat man schon. Aber soweit ich weiß, sind das Kartenspieler in der Schule verboten, Schwester. Was? Warum sehe ich nur diese Langeweile in letzter Zeit? Ich sage, lass uns spielen und du kannst spielen, verstanden, ne? Okay, Schwester, aber spürst du nicht, was hinter dir ist? Was? Personen, die in der Regel verstoßen, ermitteln, töten. Oh, was? Verdammt. Dieser Holzkopf, Fanny. Da muss ich mir wohl wieder kämpfen, was? Scheiße. Du hast gegen Regel Nummer 23 verstoßen. Hier ist die Strafe. Bin ich hier irgendwas verwickelt? Wen soll ich helfen? Was? Vizepräsident? Hä? Oder soll ich dem Kommitär helfen? Damit ich es später erklären kann? Was? Was? Hä? Verstehe ich nicht. Oh, dick. Okay. Gut, Leute. Wir lassen das mal gut sein für heute. Und wir sehen uns wieder in der nächsten Folge. Haut rein. Ciao. 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 Ciao.